Hallihallo, Hallöchen und Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge von Octodad. Oh, wir haben es umgeschmissen. Klasse. Und das Kind dreht durch. Weil das Kind, ja, das Kind, das Kind, das dreht durch. Ja, das Kind dreht durch. Es dreht im Kreis. Okay, ich weiß nicht, was wir machen müssen, aber ich schätze mal, wir gehen einfach weiter. Glaube ich. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ich denke, das Kind wird uns schon folgen. Wer nicht? Okay. Das Kind ist mir irgendwie nicht geheuer. Gehört das wirklich zu uns? Ich meine, ich gehe mal da... Ach so, hier. Hier. Ach so, hier. Ach so, da ist das Kind durch. Moment, das können wir auch. Das können wir auch. Genau. Ja, ich meine, da wir ja ein Oktopus sind. Okay. Das war ein nice Ausstieg. Ähm, da wir ja ein Oktopus sind und, äh, wie soll ich sagen, ähm, wir dementsprechend eigentlich davon ausgehen können, dass dieses Kind hier, dieses Kind hier nicht von uns ist, ähm, erklärt das einiges. Ähm, grab the otto. Äh, the otter. Grab the otto. Ja, genau. Grab the otto. Grab the otto. Was muss ich denn da machen? Was? Was muss ich denn da machen? Ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Was muss ich denn machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Wir haben es geschafft, auch wenn ich nicht weiß was. Okay, okay. Wir wussten, wir haben es geschafft. Das ist Hauptsache. Guten Tag. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ähm, der macht einen voll auf. Ich sehe das. Ups. Oh, 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 oh. Moment. 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 Äh, ich hänge fest. Okay. Erstmal hier raus. So. So. Nein. Ich will das hier. Da ist doch eine Krawatte. Ich will die Krawatte. Moment. Ich muss das jetzt erstmal hier ein bisschen hinrichten. Herrichten. Hinrichten. Herrichten. So. Ähm, ich glaube, ich mache das gerade kaputt. Kann das sein? So. Jetzt gehört es mir. Meins. Uh, nice. Stylish. Okay. Dann geht es wohl jetzt weiter. Weiter, 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 weiter. Tata. Ähm. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Was ist das? Geh nach ganz oben. Aha. Ja, 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 ja. Laber nicht. Uh. Irgendwie werden wir hier von irgendwas beworfen. Oh Gott. Und wir sollen jetzt hier raufkommen? Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Oh. Das schaffen wir nicht. Moment. Äh, äh, verdammt. Ähm. Ja. So. Äh, hä, hä. Was ist das für ein Sch... Was ist das für ein unheimlich schönes Klettergerüst? Moment. Und hoch das Bein. So. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Was zur Hölle ist das? Aber ich sehe da was. Moment. Ha. Ha. Ach, ich dachte, da wären jetzt Entchen drauf. Mit Oktopussen. Uh. So. Ähm. Und wir müssen jetzt da irgendwie hochkommen oder was. Oh. Ja. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Ups. Entschuldigung, Madame. Madame. Das wollten wir nicht. Okay. Ja, versuchen wir es nochmal. So. Oder so ähnlich. Ich muss mich konzentrieren. Moment. Äh. Ein Bein. Nächstes Bein. Nächstes. Wir steigen jetzt gleich hier rauf. Oh Mann. Ups. Ähm. Ich muss mich konzentrieren. So. Okay. Da sind wir drauf. Ich glaube ja. Das wird es in der Theorie. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Hoch das Bein. Pack das Bein da raus. Der pack das Bein da nicht raus. Versuchen wir es mit dem anderen Bein. Versuchen wir es mit dem anderen Bein erst. So. Jetzt haben wir das eine Bein da. Ätz. Äh. Mach das doch hoch. Oktodät. Nein. Ach, nö. Ah. Okay. Wir machen hier gerade einen auf Spagat. Ah, wir haben es gesch... Wir haben es nicht geschafft. Okay. 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 Meine lieben Freunde, das kann jetzt etwas dauern. Wir müssen es jetzt koordinierter machen. So. Schau. Okay. Okay. Jaja. Da knallen ja die Latten... Das funktioniert sehr schön. Das funktioniert wunderbar. Gut. Und das Lachen tut meinem Hals sehr gut. Weil ich habe immer noch Husten. Nach jetzt mittlerweile zwei Wochen. Könnt ihr mal aufhören, mich hier zu beschmeißen? Ja. Und hoch. Und hoch. Und da rüber. Und da rauf. So. Wir müssen da jetzt versuchen, da irgendwie rüber. Okay. Nein. Okay. Das Bein muss da jetzt wieder irgendwie raus. Aber wie bekommen wir das Bein da raus? Yes! Und komm! Yes! Yes! Wir sind gut. Und wir fallen jetzt nicht runter. Wir sind echt gut. Oder so ähnlich. Okay. Und hoch das Bein. Und hoch das Bein. Und. Moment. Oh Gott. Wo ist der? Der Fuß ist hängen geblieben. Und hoch das Bein. Komm. Schwing das Beinchen da raus. Der schwingt. Wir hängen mit dem einen Bein da fest. Jetzt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, oh, oh. Nicht wieder runterfallen. Okay. Und hier hinter. Nein. Nein. Und hier hinter. Und noch einen Schritt. Noch einen Schritt. Gut. Okay. Und check. Okay. Das funktioniert. Oder? Funktioniert das? Ich weiß es nicht. Yay! Woohoo! Okay. Das hat schon mal funktioniert. Oh Gott. Oh Gott. Und hoch das Bein. Yay! Hey! Ich schreie jetzt. Nein. Wir fallen hier nicht runter. Wir haben es geschafft. Woohoo! Ich bin der König der Welt. Oder so ähnlich. Oh Gott. Wir hängen fest. Oh. Meow! Meow! Woohoo! Okay. Und ein Eisbarket über den Kopf schütten. Nachdem wir gespendet haben. Entschuldigung, Kind. Entschuldigung, Kind. Ach, das war schön. Dann machen wir es nochmal. Moment. Das war schön. Warte. Bleib doch stehen. Du hast doch gerade gesagt. Right, Dad? Ach, dann halt nicht. Dann halt nicht! Dann lass es halt bleiben. Hm. So. Einmal gehustet. Einen Schluck Energy. Und dann ist der Ladebalken immer noch nicht weg. Sehr schön. Okay. Ich glaube, wir haben das Aquarium geschafft. Oder? Uh oh. Da müssen wir also hoch. Nyauu. Na da da. Falsch. Wir sind einmal. Okay. Äh. So. Äh. Ja. Wir gehen jetzt hier hoch. Rauf. Und hoch dat Bein. Und hoch dat Bein. Und voller Grazie. So. Und da. Ja. Das könnte mal hier jemand bitte reparieren. Danke. Die können das doch nicht einfach hier mitten in den Weg stellen, wo ich hinlatsche. Also. Äh. Geht gar nicht. Woohoo! Voll die Wendeltreppe. Voll. Naja, ist keine Wendeltreppe. Aber. Hoppala. Das war die falsche Richtung. So. Ja. Ja. So. Erst einmal rasten. Treppen steigen. Kann ganz schön anstrengend sein. Für so einen Oktopus wie mich. So. Okay. Da ist die Frau. Da ist die Frau. Da ist die Frau. Wir fahren jetzt irgendwo runter. Lalalala. Hast du uns wieder geblieben? Bitte. Was? Oh. War ja zu erwarten. Entschuldigung. Unser Klamotten. Nein. Oh oh. Tja. Nein. Nein. Oh. 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 Oh oh. Warum? Kommt jetzt ein Hai? Oder was? Oder wie? Oder? Aber? 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 Aber Daddy? Aber Daddy? Und? 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 Und jetzt? 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 Jetzt sind wir da drin und äh. Aber knuffig hat er schon ausgesehen. Und? Und was machen wir jetzt? Jetzt ist das Spiel vorbei. Nein. Wise? Wieso sind wir jetzt auf einem Schiff? Gelange unentdeckt hinein. Okay. Ups. Oh oh. Oh oh. Das mit unentdeckt wird schwierig. Aber wir könnten es schaffen. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber wir versuchen es einfach mal. Oh Gott. Wie wir hier immer auf die Seite geslidet werden. So. Wo ist der nächste? Ich schätze mal, dass ich jetzt mal hier rauf muss, oder? Oh. Oh oh. Gut. Jetzt haben wir ihn den Kaffee geklaut. Was? Ach so, das musste ich eh machen. Das weiß ich nicht. Habe ich jetzt überlesen. Das musste ich wohl eh machen. Wartet. Lass uns mal gucken. Finde einen Muntermacher. Okay. Ja. Das war also tatsächlich etwas, was wir schaffen mussten. Jetzt kommen wir hier irgendwie hoch. Das ist ganz schön schwer manchmal hier. So. Und hoch das Bein. Und hoch das Bein. Also wenn man es einmal gemacht hat, funktioniert es. Ach so, wir sind jetzt schon drin, oder was? Ach du, Heiliger. Das wird unentdeckt, wird ab diesem Stück hier. Das ist so schön schwer. Ja, ja. 99 Dollars of Krog. Wow. Ach so, die dürfen mich sehen? Oh oh. Nein, die dürfen mich nicht sehen. Alles ist gut. Alles ist gut. Können wir hier die Tür aufmachen? Ich weiß es nicht. Geht das? Nein, natürlich nicht. Aber wir sind auch schon so viel gesehen worden. Dann haben wir jetzt ein Riesenproblem. Oh Gott. Entschuldigung. Oh, verdammt. Oh nein. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das denn schaffen? Ja. Okay. Also. Wir gehen jetzt hier runter. Ups. Ja, so funktioniert das nicht. Entschuldigung. 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 Oh Gott. Wir sind ja jetzt schon fast entdeckt worden. Aber. Aber. Ich glaube, hier müssen wir rein. Yay. Gut. Finde eine passende Verkleidung. Kann ja nicht schwer sein. Dafür brauche ich aber erstmal einen Schlüssel, ne? Einen Schlüssel müssen wir wahrscheinlich erstmal finden. Oder so ähnlich. Was zur Hölle? Packt die Bananen weg da. Die nerven ja voll. Okay. Banane weg. Da sind. Oh, da sind noch mehr Bananen drin. Klasse. Ähm. Andere Tür. Da ist ein. War da. War das ein Schlüssel? Ja. Also auf diese Seite. Juhu. Ach du meine Güte. Okay. Wir haben es geschafft. Okay. Und da ist die Verkleidung jetzt drin, oder? Ist da die Verkleidung? Moment. Ist da die Ver... Äh. Aber mach doch die Tür auf. So. Nein, nicht die Tür. Nein, nicht die hier. Okay. Hallo. Ich bin ein Mensch. Ja, da ist es rutschig. Das ist korrekt. Aber warte mal. Wenn wir hier schon so sind. Dann will ich da auch noch reingucken. Ui. Und da wären Zitronen drin gewesen. Ja, wie schön. Geh auf die Brücke. Wo ist denn die Brücke? Wo ist denn die Brücke? Keine Ahnung, wo die Brücke ist. Aber ich schätze mal, dass es irgendwie... Ja, 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 ja. Du kannst mich doch kreuzweise. So. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, oder? Nein, müssen wir nicht. Oh Gott. Wie war hier herum... Juhu. Herum switchen und sliden. Und ich glaube, wir müssen... Ist er vielleicht doch da? Uah. Nein. Nein. Nicht ins Wasser. Nein. Ich habe mich doch gerade erst hochgekämpft. Ich habe mich doch gerade erst hochgekämpft. Wo müssen wir denn hin? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe es schon kommen. Das wird nichts. Und... Moment. Hoch da... Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss da hoch. Oder doch nicht? Oder muss ich vielleicht da außen... Oh oh. Außen rum? Nein. Nein. Wo muss ich denn hin? Ich weiß doch nicht, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, Moment. Da ist ja die Schauer. Vielleicht muss ich da irgendwo... Ach, Moment. Da ist ja noch eine Tür. Hallo. So. Muss ich da vielleicht irgendwie? Nein. Ich nehme die Banane jetzt einfach noch mit. So. Muss ich da vielleicht rein? Nein. Da muss ich auch nicht hin. Ich weiß doch nicht, wo ich hin muss. Oh, To Dead. Sag mir, wo ich hin muss. Muss ich vielleicht... Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht geht das ja irgendwie. Nein. Das geht nicht. Da kann ich mich nicht festhalten. Ich glaube, dass ich da irgendwie drüber muss. Aber das klappt ja so nicht. Ah. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Vielleicht muss ich doch irgendwie über die Reling. Darüber. Komm. Komm. Jetzt bin ich hier drin. Das könnte stimmen. Das könnte richtig sein. So. Jetzt habe ich das Mähnlein hier umgeschmissen. Das könnte richtig sein. Yes. Wir sind voll gut. Wir sind voll gut. So. Er packt das Bein da hoch. Wehe. Wir fallen jetzt ins Wasser. Wobei, das ist ja schon gesaved, weil wir haben die Aufgabe ja schon geschafft. Na, jetzt komm. Geh halt auf. Weh da, du noch. Hallo. Das ist nicht so leicht hier mit diesem Oktodate. Ähm. Nochmal. Und hoch. Und... Nein. Nicht da um mit meinem Fuß. So. Nein. So. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Wuhu. Hallo. Guten Tag. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ups. Entschuldigung. Wir müssen noch irgendwas triggern. Aber ich weiß nicht was. Was? Hab doch gar nichts gemacht. Ich. 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 Ich hab doch... Ich hab doch nichts gemacht. Das ist voll unfair, das Spiel. Und ich wette, in der nächsten Folge wird es genauso unfair werden. Und deswegen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.